Hallo Leute, wir sind wieder da. Warten auf Herrn Mafi-Wadrak. Was, 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 was? Du musst auf OK drücken. Dankeschön. Hab ich, hab ich. Ja, das ist wunderschön. Ich möchte nicht gleich wieder ins Bett gehen. Unverständlicherweise. Heute ist gar nicht mal so ein toller Tag. Heute ist nicht so ein toller Tag. Heute ist kein schöner Tag. Irgendwie so. Das ist aber auch nicht so schlimm. Halt bitte den Mund. Die Schweine sind ausgewachsen. Yes! Das Schweine meinst du, ne? Haben wir mehrere? Ah, stimmt, ich hab zwei. John und Terry. Stimmt. Äh, nichts aufsammeln. Ich mach das. Ja, ja. Hier schon wieder hier anfängt zu meckern. Da fängt der an zu meckern. Das kommt noch da rein. Muss ja Sachen sortieren, ja. Sommerkiste. Meintrauben. Mhm, 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 mhm. Ich hab ja Kiste. Äh, ich hab ja Steine dabei. Die gehen da hin. Du kannst übrigens nicht unten um die Baumfarm kümmern, weil es gibt ja Sammelerfahrung auch. Ja, ich kann die auch erstmal wachsen lassen. Das stimmt. Wir sind halt ein paar schon ausgewachsen. Die kannst du halt, wenn du Zeit hast und Lust hast, einfach kaputt machen und nachpflanzen. Da komm ich ja schon die ganze Zeit um die Kaffeebohnen hier. Finde ich gut. So, ich hab mal unsere Öfen vollgehauen mit, ähm, mit Iridium. Wir haben 48, das heißt, einer von uns kann sich auf jeden Fall ohne Probleme ein Iridium-Ding machen, wenn wir 30 verkaufen. Also äh, 30, 25 verkaufen und dann. Wenn du jetzt in nächster Zeit sowieso oft in die Mine gehst, dann wärs ganz gut, wenn du ne Iridium-Spitzhack hast. Ja. Dann werde ich die jetzt einfach gleich mal, ich geh mal ganz kurz zu, äh, John und Terry und danach hol ich mir das Iridium und mach das. Denn fährt, sie sind vor, wenn du heute Abend zu John und Terry gehst, wenn sie das Zeug einsammelst, weil heute ist der erste Tag, wo sie erwachsen sind quasi. Das stimmt, ja. Dein Pferd sieht wunderschön aus und die Ancient Fruits sind auch fertig, ne? Ja. Heute würde es sich wahrscheinlich noch lohnen, soll ich dir, ähm, Speed Grow mitbringen, äh, also Deluxe Speed Grow und die dann auch noch anpflanzen, die neuen, die wir da haben? Nein. Okay. Das würde halt im Herbst noch mal einiges nachbringen. So, dann. 25.000, dann verkaufen wir die und ich bringe meine Axt weg und gehe die nächsten Tag nicht in die Mine, also morgen. Ich hoffe mal, dass, ähm, nicht. Achso, doch, ich kann eine andere Goldspitzhacke nehmen, die dann noch umleben, wenn morgen gut ist. Wir haben noch genug Zeug da. So, ich wollte in den Laden und 25 mal Iridium Barren verkaufen, damit ich dann, Werkzeug verbessern, Iridium nicht Hacke und Axt, sondern die Spitzhacke. So, Kaffee trinken. Das ist immer noch auf Niederländisch. Ja, zwei Tagen, dort, da, Iridiumspitzhacke klar ist, man hat upgraden. Läuft bei dir. Sieht nicht so aus, als hätte ich irgendwas dem Museum zu spenden. Das stimmt. Zeig ich mir nicht mit Stippen. Spende nichts. Ich werde mich heute mal darum kümmern, alle Leute in der Stadt anzuquatschen. Dann. Ich hätte vielleicht mein Pferd mitnehmen sollen, aber okay. Hi. Hallo. So, ich quatsche jetzt einer nur an, ich lese mir das nicht alles durch. Ich weiß gar nicht, wen ich noch alles anquatschen muss. Hallo. Hallo Alex. Wir haben ja noch nicht mal Ancient Seeds. Ne, aber wir haben Ancient Fruits, Ancient Seeds habe ich schon 15 gepflanzt gestern Abend, aber du kannst aus den Ancient Fruits, die du heute gern hast, Ancient Seeds machen. Was hab ich gemacht? Oh, ne Regenbogenmuschel mit Iridiumsternqualität. Hast du eigentlich beim Farmen den gleichen Skilltree genommen wie ich, oder hast du diesen 10% schneller am Ende dann? Ich hab den gleichen genommen. Okay. Aber das ist quasi, also wir könnten das 10% schneller machen, aber ich weiß nicht, ob das für alle zählt, aber nur wenn ich das Zeug anpflanze. Ja, das würde mich halt auch interessieren. Weil das mit dem Geld zählt ja mittlerweile für alle, das wurde ja gefixt. Genau. Aber das mit den 10%, das wäre ja auch richtig, aber dann könnte man sowas halt auch, weil, ich meine eigentlich wäre es vernünftig. Weil, weil logisch, das für alle zählt. Bei Crapods zählt zum Beispiel auch nicht für alle. Ja, aber, hm, naja, ich weiß nicht. Bei Crapods wäre es ziemlich krass, wenn, wenn das alles für alle zählt, dann könnten wir beide verschiedenen Skills einfach nehmen. Ne, da war doch Mani. Aber Mani kenne ich schon. Ich gehe mal den Zauberer besuchen. Ich trete seine Tür ein und sage, you're a wizard, Harry. Er ist aber nicht Harry. Unten im Cinderstep Forest sind übrigens sehr, sehr viele Bäume. Falls du noch Sammelerfahrung brauchst. Ich sammeln glaube ich auch voll. Ne, gar nicht, Level 6. Warum sind da so viele Bäume? Weil wir Sommer haben und die nachgewachsen sind. Nehme ich an. Oder weil wir die noch nicht alle abgehakt haben, als wir die Map portiert haben. Okay. Either way. Ich habe viele Dinge über den Zug. Achso, es sind viele Bäume, aber nicht mehr als standardmäßig da sind. Ne, ne, halt die, die da sein sollten. So, wen habe ich noch nicht angesprochen? Penny. Und die da oben. Und, okay. Noch nicht mal mit Sandig bin ich befreundet. Aber das ist halt jetzt problematisch, weil ich hätte mit allen zwei Herzen haben können, wenn ich sie schon angequatscht hatte. Hast du jetzt noch nicht mit allen zwei Herzen, mindestens? End? Nö. Null Herzen bei allen. Okay, dann hat das nur für mich gezählt, das Community-Center-Ding. Sehr voll gemein. Die Herzen wären sowieso verschwendet gewesen bei mir. Weil du immer mit den Leuten nicht redest? Ja. Ja. Ich finde das eigentlich ganz cool. Ich stalk die für zwei, drei Wochen und dann, dass ich wieder in Ruhe. Wenn sie mich mögen. Das ist ein großer Worte. Warum sagst du das überhaupt? Das würde für dich behalten. Dankeschön. Lea, Lea, kenne ich dich schon. Lea, kennen wir uns schon. Hallo, Lea. Lea, Prinzessin. Ich habe heute Morgen geflüchtet. Ich habe heute Morgen geflüchtet. Ich habe heute Morgen geflüchtet. Tja. Oh, true. Lea, where can you my name? Tja. Hi, Harvey. Harvey. Hallo. Sie fühlt sich bei diesem Wetter viel lebendiger, sagt Miss Mona. So, Dings, Dings und Dings. Okay. Klopf, klopf, klopf Penny. Ist nicht zu Hause. Und dann noch die Frau von Pierre. Caroline. Genau. Caroline. 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 Ah, mir doch ist der Laden geschlossen. Äh, nicht mehr. Hallo. Hat der Mann das nicht verraten? Liest ihr denn nie die Memos? Weißt du, er lässt ihr extra Zettel auf dem Küchentisch? Aber nein, sie liest die Memos nicht. Ach, Mädchen. Wo zur Hölle ist Penny? Da ist Penny, mach den Abwasch. Irgendwie, äh, nettes Vetter, oder? Ja. Penny, du sollst den Abwasch auch in der Spüle machen und nicht direkt vor der Spüle. Irgendwie hat er den ganzen Schaum vor der Spüle. Aber okay. Jetzt muss ich nur noch Sandig ansprechen. Aber Sandig zählt ja nicht dazu. Doch, Sandig. Ah, ja, ja, ja. Ne, dafür nicht. Die Initiation und so. Die Quest habe ich auch gebrochen einfach. Gust hat heute Geburtstag. Ich weiß nicht mehr, was das für eine Mod damals war, wo ich gesehen habe, was die Leute mögen. Ich auch nicht. Aber ich fand das ziemlich gut. Ist das auch? Ja, eben. Das ist Matic Short! Was ist denn das, Spirit? Was ist denn das, Sprite, meinst du? Nein, Spirit. Sprite. Spirit. Das Sprite wie die Dust Fanta. Halt dich hauen, bitte. Ja, du darfst. Das hast du dir echt verdient. Oder habe ich mir verdient, wie auch immer. Ich habe nicht um deine Alarmus gefragt. Ich habe gefragt, ob ich das bitte kann. Ich weiß nicht, ob du das bitte kannst. Es geht ziemlich gut, die Dust Spirits. Sprite. Ähm. Zu Farmen, wenn man einfach auf Ebene 40 geht, bis Ebene 45 runter, sich pusht, dann die Mine verlässt und wieder auf Ebene 40 einsteigt. Ja. Das stimmt. Ich finde es übrigens lustig, dass die Dust Sprites die gleiche Entität wie die Slimes sind. Ähm. Meine Theorie ist darauf gestützt, dass es einen Bug gibt, dass, ähm, also Dust Sprites können ja, ähm, Felsen kaputt machen. Das stimmt. Und, äh, Slimes können das natürlich auch. Echt? Und zwar, wenn du, wenn du in der Cave, das ist ein Bug, glaube ich, äh, kein Feature, wenn du in der Cave Mine bist, also in der, ähm, nicht Cave Mine, in der, ähm, Skull Cave, ähm, Skull Cave, ähm, und dort einen Slime, ähm, mit dem Schwert, ähm, per Rückstoß in einen Stein, äh, äh, Slime, per Rückstoß in einen Stein reinschubst. Das ist ein verschwindeter Stein, das wird einfach kaputt gemacht. Das ist das gleiche Abbauanimation oder Geräusch wie bei dem, bei der Dust Sprites. Ich glaube, dass es da ne, ne, ähm, ein Feature ist, dass eben ne Bug vorsorgen soll. Würde ich behaupten. Aber ja, kann auch sein. Ähm, ich lieg im Bett. Ist das schön? Wird Zeit, wenn du... Ich mein, du hast das Galaxy Sword in dem Spielstand offiziell noch nicht geholt, richtig? Und du gehst morgen in die Mine. In die, nicht in die Mine wahrscheinlich. Ja, du kannst mir den mitgeben und ich würde dir einfach meinen Schwert da lassen und mir ein neues holen. Ja, dann machen wir das so. Dann schmeiß ich hier vorne noch in die Kiste und dann geh ich schlafen. Dann schmeißt das auch noch schnell vorne in die Kiste. Stuki guckt grad nicht hin. Stuki guckt ja nicht hin. Wieso? Wieso, was guckt Suki nicht hin? Wieso? Was guckt Suki nicht hin? Ich weiß, was ich hier mache. Ich hab noch nicht das Iridium-Wand." Och, f-f-f-f... Gute Nacht. Gute Nacht. Aber nicht wieder mitten in der Nacht dich aufsetzen und sagen, ich bin übrigens vom Beruf Kai. Kann ich niemals tun. So viel Kaffee. Na ja. Naja, dafür, dass es wirklich nur die paar Sachen sind. Kann ich niemals tun. So viel Kaffee. Du musst mal gucken, wie Kaffee wir noch in der Kiste haben. Wir könnten nächstes Jahr am Anfang aus dem ganzen Kaffee einfach ein Riesenfeld machen. Wir brauchen sehr viele Iridiumsprinkler. Sehr viele Scarecrows. Und Miss Mona. Guten Morgen. Das war ein wirklich netter Spazier. Ich habe diesen alten Hof schon lange nicht mehr gesehen. Er sieht noch besser aus als meine Kinder. Ach, gib doch an. Hier, ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Es ist ein Geschenk von deinem Gärtner zum nächsten. Es ist dein Geschenk. Du hast einen Gartentopf erhalten. Diese Töpfe sind wirklich praktisch. Du kannst damit zu beliebigen Zeiten im Haus Pflanzen heranziehen. Oder auch draußen sehen sie nett aus. Dort kannst du aber nur der Saison entsprechende Pflanzen pflanzen. 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 Wenn du noch mehr brauchst, kannst du leicht selber welche machen. Hier, ich habe einen alten Zeichen. Ich habe einfach den alten Sprung genommen. Ja, so. Pflanzen. 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 Du hast gedacht, wie man einen Gartentopf herstellt. Pflanzen. 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 Ich gehe da mal lieber George und Mürrisch, wenn er sein Haarverbrei nicht rechtzeitig kriegt. Hab noch einen schönen Tag. Pflanzen. 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 Dann werde ich mir demnächst noch die Better Sprinkler Mod ziehen. Damit ich auch Gartentöpfe durch Sprinkler besprinkeln kann. Weil dann kann man das Gewächshaus zum Beispiel noch besser nutzen. Genau. Beziehungsweise kannst du dann auch alle möglichen Plätze, die indoor sind, super gut nutzen. Zum Beispiel das eigene Haus oder so. Dann gehe die Sprinkleranlagen früh an, bevor du auf dem Winter aufstehst. Du bist quasi vom Wasserbecker geweckt. Äh. Nee. So. Ähm. Winterroots sollten... Wir haben noch drei Winterwurzeln. Ernsthaft? Nee, zwei sogar nur noch. Die habe ich gerade reingepackt. Ja, wir müssen echt da im Winter was machen. Ich wollte mir noch ein paar Roots-Blätter mitnehmen. Wir haben so große Felder, wir können einfach Winter Seeds anbauen. Eben, meine ich ja. Die werden ja noch alle Iridium-Qualität. Ich bin nichts anderes zu essen, Mürr. Wir haben schon noch andere Sachen zu essen, aber halt nichts großartig passendes. Wir haben vor allen Dingen Matrosenteller für Angler und Herbstfülle. Sammeln und Verteidigung aber. Ich nehme die Herbstfülle trotzdem mit, weil sie halt Verteidigung bietet. Die will ich aber erst später nutzen. Weil die Wurzelplatte bringt mir halt Angriffs-Plus, weißt du. Und das und das brauche ich gerade nicht. Dann können wir lieber damit sparen an Platz. So. Ich habe jetzt die Gold-Hole. Und werde jetzt die Gieskeine auflemmen lassen. Auf Gold. Ja, das ist so. Und du bringst mir das Schwert da? Bringst du mir das andere mit? Ich habe das Schwert schon in die Kiste von meinem Haus gelegt. Gestern Abend schon. Perfekt. Ein Ticket für die Kaneko-Biste. Dankeschön. Ich gehe auch. Und wenn ich das andere Schwert habe, kann ich da auf jeden Fall noch ein bisschen was reißen. Und ich habe heute auch gutes Glück. Dann sage ich dir gleich mal auf welcher Ebene ich bin. Ich muss nur gucken, dass ich irgendwo was zu essen finde. Fox hat das gerade Zielschwert erhalten. Ich hätte was zu essen dabei. Also ich kann dir auch Herbstfilme geben. Ich nehme einfach irgendwelche Kakteen, die ich hier finde und trinke auch mal von. Drink Cactus Shoes. Ich bin auf Ebene 80 und Lila-Slime. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit schon bin. Du musst gleich mal gucken gehen. Wenn nicht, kann ich dir halt helfen, Montag zu kommen. Ach nee. Mach du da unten weiter. Wir werden sowieso nicht lange zusammen auf einer Ebene bleiben. Warum nicht? Ach so, je nachdem wegen den Löchern ja. Eben. Ich bin auf Ebene 60 übrigens. Okay. Mal gucken, wer zuerst die 90 erreicht. Das witzige ist, es kann sein, dass du halt superschnell mich überholst. Oder sich halt voll davon ziehe. Und ich habe mal wieder keine Bomben mitgenommen. Auch nicht. Video-Spitzer geht mir noch voll. Ja. Habe ich morgen. Ich finde es übrigens auch schön, dass die, ähm, die, äh, Smartic Tools machen das alles noch ein bisschen besser. So. Und, ähm, bei der Axt ist das so witzig, dass du quasi, ähm, das einzige was es jetzt bringt, dass du Bäume mit einem Schlag killen kannst. Nicht komplett, sondern du sparst die quasi dadurch einen Schlag. Ja. Also die mit der Gold, äh, äh, mit der Iridium-Dings auf. Hast du halt zwei Schläge plus halt einen für den Boden, für den Stamm. Und jetzt hast du halt eins und eins, ja. Okay, ich bin fast tot. Das ist jetzt uncool. Ich sollte wirklich, wirklich nicht hier sein. Mal wieder. Ich muss die viele Aufahnung sputen. Ah, Mumien. Ja, ich bin auch gerade auf der Mumien-Ebene. Gestern hatte ich keine einzige Mumien-Ebene. Und heute irgendwie, ähm, zwei Ebenen gleich. Ich bräuchte nur mal eine kleine Treppe. Hier ist nichts auf der Ebene. Ich bin kein Mieter und Zepter gerade so richtig. Du bist vier Ebenen hinuntergefallen. Kaktusfrucht. Kaktusfrucht. Ja, Kaktusfrucht habe ich gegessen. Das ist ein Loch. Ich will da nicht rein springen. Warum nicht? Weil er es mir im Schaden machen könnte und nicht so viel Leben hat. Hast du nichts zu essen dabei? Nein. Ich wollte dir welches geben, aber du wolltest es ja nicht. Ja. Sein Gegner. Sein Gegner. Sein Gegner. Sein Gegner. Ich weiß, dass ist Iridium. Kann man in Iridium-Krappen bräuchte ich jetzt halt. Weil die kann halt wie Crab-Cakes topen können. Und das bringt halt schon sowas. Der Gegner ist ein Gegner. Ah, ist es auch Iridium-Erz. Du meinst, solange wie es kein Gegner ist, nimmst du halt auch keinen Schaden. Also freu dich doch über das Iridium-Erz. Ja, aber den Crab-Cakes komme ich klar. Die habe ich im Griff. Wichtig ist nur, dass du weißt, wann du dich zurückziehen solltest. Ich habe immer so eine Iridium-Krabbe. Das war vor ungefähr drei Ebenen. Ich weiß genau, wann ich mich zurückziehen sollte. Ich hatte übrigens gerade eine Crab-Cake von der Iridium-Krabbe bekommen. Ja toll, kannst du ja mal auf 67 runterkommen und mir das geben. Ne, ich bin 86, 87 jetzt und habe es gerade auch vergessen. Nope. Harriers are running with monsters. Nope. Nope. Ich gehe. Ciao. Nope. Ach je. Ich habe das 23 voll gut. Ich habe ja auch you feeling lucky mit zwei Ausrufezeichen. Ich habe eine prismatische Scherbe und 27 Iridium-Erz. Und ich habe heute, du fühlst dich glücklich, ein Ausrufezeichen. Machen die Ausrufezeichen echt noch was aus? Ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt bitte gerne eine Treppe oder sowas. 8 Sammler-Erfangspunkte für Level 7 und irgendwo noch ein Baum rumstehen. Ha, eine Treppe. Oh, Geister. Hm. Ich möchte gerne Kampf auf Level 10 haben, damit ich dieses, wenn du ähm, Kritz machst, sind die immer dödlich, dodelig. Hm. So, noch zwei Ebenen, das sollte ich ja heute wohl noch schaffen. Ich plant sie zu meinem Haus. Kaktus. Kann ich Kaktus-Früchte züchten. Das stimmt. Auch wenn das ultra unnötig ist, Kaktus-Früchte zu züchten. Das ist ja eine gute Ebene, ein Haufen Iridium-Erz, kaum Gegner. I'm feeling lucky today, because I'm happy. Und ich habe eine Leiter gefunden. Das heißt, erstmal noch die ganze Iridium-Erz abgreifen. Hoffen, dass nicht zu viele Snakes noch erscheinen. Serpents heißen sie. Und dann. Iridium braucht halt einfach mal vier Schläge. Das dauert halt immer voll ewig. Die Iridium-Fledermäuse mag ich. Auch wenn sie mehr aushalten als die Serpents, meiner Meinung nach. Sie geben ihr Richter wert. Ich hasse die Viecher. Ich hasse die Viecher. Du kannst sie echt gut zurückwerfen, finde ich. Ja, weil du Host bist. Ja, okay. Well. Well, oh well. Das ist alles nicht so geil, wenn du nicht Host bist. Ja, da müssen wir irgendwie noch an der Stabilität arbeiten oder so. Aber ich habe jetzt schon gleich 70 Iridium-Erz. 69 genau. Ich habe schon mal angesetzt, ne? Ist in Ordnung. natürlich ne Serpent und ne Fledermäuse. So meinte ich das eigentlich nicht. Ich bin so ein Meister. Meister einfach nur. Ich habe keinen Wieskanon. Habe jetzt praktisch gekauft. Wann sich jetzt also einen Wieskanon. Tja. So. Na toll. Ich habe Ebene 90 erreicht, aber kann den Fahrstuhl grad nicht nutzen, weil der so verpackt ist. Ich hoffe, er wird automatisch aktiviert gleich. Sollte er eigentlich aktiviert werden. Wenn du. Mine verlassen. So, und jetzt gehen wir erst raus. Dann wieder rein, weil dann ist er neu generiert. Und jetzt gehen wir mal auf Ebene 90. Ja. Das heißt, ich kann bis Ebene 90 hoch gehen. Oder runter gehen. Das ist super. Ich habe schon was verkauft jetzt. Ich habe 74 Iridium-Erz. Aber das lohnt sich doch. Und eine neue. 75. Eben. Und eine neue prismatische Scherbe. Super. Die können wir versuchen zurücklegen. Ja. Oder wir geben sie ab. Weil wir können so geht theoretisch auch ein Schwert kaufen, aber. Zuri kann auch mein Schwert erstmal haben. Ist auch okay. Oder so. Müssen wir gucken. Irgendwie kriegen wir das schon. Genau. Wie weit ist es da oben mit dem Brennen? Ich glaube, so langsam wird das dann auch, wenn wir jetzt den Elevator runter treiben, auch nicht mehr so selten sein, dass wir die Scherben haben. Prismatische Scherben haben. Ja. Das stimmt. So. Aber Leute. Ich meine. Ich weiß gar nicht was das Rekord ist. 12. Ja. 18 pro Tag. Na das läuft doch. Eine Menge. Eine Menge. Mit dieser Statistik, Leute. Der wir nicht glauben, weil wir sie nicht selbst gefälscht haben. Würde ich sagen, war es das auch für heute. Mit Stado Valley. Ansonsten, wie immer, was ich lange nicht gesagt habe. Schaut doch einfach mal vorbei. Im Stream direkt, wenn wir das ganze Netzwerk aufnehmen. Auf Twitch. TV slash BloodyFox13. Schaut auf Twitter vorbei. Bei Wartrag oder bei BloodyFox13. Oder bei SweetCST. Genau. Und schaut, was wir so alles tweeten. Da sollten dann auch ab und zu halbwegs regelmäßig die neuen Stream-Daten gesetzt werden. Ja. Also so einen halben Tag vorher ungefähr, wenn wir die schon reinnehmen. Manchmal auch mal eher. Manchmal gar nicht. Auf jeden Fall. Bis dahin. Und tschö tschö. Ciao.